Hallo, ich bin die Kathi und das ist die Silke. Ich freue mich, euch heute in meiner Boutique Milano hier in Zeibs begrüßen zu dürfen. Wir möchten euch in regelmäßigen Abständen Tipps und Anregungen für euer persönliches, unverwechselbares Outfit geben. Erlebt mit uns gemeinsam, wie man Mode lebt und lieben lernt. Genießt immer wieder neue Modetrends aus Italien. So, ich mache mich jetzt auf den Weg in das Land, wo Mode nicht nur zweckmäßig sein soll, sondern einfach nur schön. Schaut doch nächste Woche mal rein. Euer Milano-Team in der Judenstraße 8 hier in Zeibs. Wir freuen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017